So, meine Lieben, in diesem Video geht es um das Buch Rich Dad, Poor Dad von Robert Kiyosaki und ich möchte euch einmal erzählen, zu welchem Zeitpunkt ich das Buch gelesen habe, ja, wem ich dieses Buch empfehlen würde, ja, hier, das ist, dieser Punkt ist hier sehr, sehr wichtig bei dem Buch und was meine Keylangs aus dem Buch sind natürlich und, ja, fangen wir direkt einmal an. Ich sage mal Folgendes zu dem Buch vorab. Dieses Buch ist sehr, 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 sehr gut geeignet für Leute, die sich mit dem Thema Finanzen oder Persönlichkeitsbeschäftigung, ja, so ziemlich am Anfang befinden, ja, und ich sage mal so, es ist eine absolute Pflichtlektüre für diejenigen und ich sage, es ist eines der besten Einstiege, um in das Thema Money Mindset reinzukommen, wie baue ich mir eine finanzielle Freiheit auch auf, wie funktionieren so die grundlegenden Dinge, ja, dafür ist dieses Buch sehr gut. Wenn ihr jetzt schon tief drin seid, ja, schon vieles gelesen habt, dann würde ich sagen, holt euch das Buch auf keinen Fall, weil das sind hier absolute Basics und ich gehe davon aus, dass jemand, der schon tief drin ist und der schon 10 oder 15 Finanzbücher gelesen hat, hier nichts mehr Neues wiederfindet. Ich sage mal so, ihr kennt das ja sicherlich, ich sage mal so, das Thema Persönlichkeitsentwicklung in all diesen Lebensbereichen, die man ja optimieren kann, ja, also einmal Einstellung, Einstellung Mindset, persönlicher Erfolg, Finanzen, berufliche Karriere, Gesundheit, Spirituelles, ja. Das ist ja alles in einer gewissen Art und Weise pyramidenmäßig aufgebaut, ja. Es gibt ja erstmal so die Mainstream-Sachen, ja, die ja auch deutlich besser sind als nichts, weil ich sage mal, wenn ihr insgesamt schon mal die Mainstream-Bücher lest, dann habt ihr, ja, seid ihr besser als die 50% darunter, die es eben nicht machen, ja. Aber es geht dann auch, gibt dann auch immer tiefere Bücher und da dringen halt die wenigsten, stoßen da halt quasi durch, ne. Und ich habe am Anfang der Persönlichkeitsentwicklung den großen Fehler gemacht, ja, das möchte ich hier an der Stelle nochmal sagen, weil das genau solche Bücher halt auch betrifft. Ich bin, ähm, immer nach Büchern gegangen, ja, so Bestseller oder bei Amazon nach Bewertungen, wie viele Leute haben das bewertet, ne, die viele Leute gelesen haben, ja. Was mir aber nicht klar war, war, dass das einfach dann die Mainstream-Sachen sind, ja, und, ähm, es bringt nichts, das hundertste absolute Mainstream-Buch zu lesen, weil es kratzt immer an der Oberfläche und es ist nichts mehr Neues, man geht halt nicht weiter in die Tiefe, ja. Deswegen sage ich, Mainstream-Bücher sind super, um anzufangen, ja, ähm, das würde ich in allen Lebensbereichen einmal machen, ja, holt euch mal so die drei wichtigsten Mainstream-Bücher und dann zieht das durch und wenn ihr da eine gewisse Tiefe erreicht habt, dann macht die nächsten Bücher, ne. Ich sage mal, wenn ihr ziemlich gut seid, schon im Bereich finanzielle Bildung und Business-Aufbau, dann ist zum Beispiel ein Buch, was ich euch empfehlen würde, um da noch eine Ebene tiefer reinzugehen, Ja, das ist schon wirklich, ähm, eine deutliche Ebene tiefer, ähm, aber ihr müsst gucken, ne, wenn ihr jetzt am Anfang steht, dass ihr jetzt nicht zu tiefe Bücher habt, aber wenn ihr schon eine gewisse Tiefe erreicht habt, jetzt auch nicht diese absoluten Mainstream-Sachen ruht. Gut, das vorab für alle, die sich, äh, für das Buch, ähm, Rich Dad Poor Dad interessieren, der Link dazu ist in der Videobeschreibung und ich möchte euch jetzt einmal ganz grob die Key-Learnings mitteilen, was in dem, was es in diesem Buch geht. Ja, wie gesagt, ich habe dieses Buch auch sehr weit am Anfang der Persönlichkeitsentwicklung gelesen, es war, glaube ich, eines meiner ersten zehn Bücher, die ich gelesen habe, weil, wenn man in der Persönlichkeitsentwicklung dann drin ist, ähm, sieht man andauernd halt, wie dieses Buch irgendwo verlinkt wird oder erwähnt wird und dann holt man sich das dann natürlich auch, ne. Ja, und das war für den Anfang echt super, ne, es geht einfach darum, die Geschichte, ne, Robert Kiyosaki, man weiß jetzt natürlich nicht, ob es eine echte Geschichte ist oder erfunden, aber es ist eine schöne Geschichte, hat zwei Eltern gehabt, quasi, ja, einen reichen Vater und einen armen Vater, der Arme war sein Leiblicher, der Reiche war der, äh, Vater von seinem besten Freund, ja, der Arme war halt quasi, ja, im, im Sinne von Arm natürlich nicht Arm, Battle Arm, sondern hat, äh, hat ein Mainstream-Leben geführt, ne, gute Position als, äh, ähm, Lehrer, glaube ich war, der hat auch gut verdient, aber hat halt nicht das Unternehmerische drauf gehabt, ne, was der andere hat und der sich finanziell einen Wohlstand aufgebaut hat, ja, und deswegen hat er dann immer diesen Vergleich gehabt, ja, wie tickt, ja, der Mainstream, ja, dieser, dieser typische, geh zur Schule, studiere, ähm, hab dann eine gute Festanstellung, die sicher ist, ne, äh, riskiere ja nichts, ja, investiere nichts, ja, investiere nichts in Aktien, ja, mach so dein, äh, dein, dein, dein Sparbuchplan, wo du deine Prozente kriegst und sei irgendwann mal, ja, halbwegs vermögt, ne, das ist ja diese Mainstream-Linie und dann der andere, der so ein Unternehmen gegründet hat und sehr schnell Wohlstand aufgebaut hat, der ja nicht immer eine hohe Schulbildung hatte, aber der halt in allen anderen Bereichen alles richtig gemacht hat, ne, und hat dann da diese Unterschiede gemerkt und das wurde halt auch gut storytechnisch aufbereitet, ja, liest sich wirklich gut auf, ich glaube, zwei oder dreihundert Seiten, ja, auch einfach, also auch Anfänger, ähm, die jetzt nicht so lesebewandert sind, kommen da wirklich sehr gut durch, das muss ich sagen, das gefällt mir auch sehr an diesem Buch, also, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden habe, den ich, äh, in das Thema Persönlichkeitsentwicklung und finanzielle Intelligenz, äh, reinholen möchte in das Thema, dann gebe ich ihm dieses Buch, ja, Wahnsinn und da werden halt einfach so die zehn wichtigsten, äh, Grundprinzipien genannt, ja, zum Beispiel, ne, investiere dein Geld, konsumiere nicht zu viel, ähm, werde nicht jemand, der, äh, sich schnell in Verbindlichkeiten stürzt, ja, äh, konsumiere nicht mehr als du verdienst, baue ein eigenes Geschäft auf, ja, was wirklich, ähm, funktioniert, dazu hat Robert Kiyosaki auch eigene Bücher geschrieben oder separate Bücher und das sind so die Stellschrauben, an denen man drehen kann, ja, und so baust du dir dann finanziellen Wohlstand auf, ja, und, ähm, es zeigt halt auch sehr oft auf, was so die meisten falsch machen, ja, ähm, was man halt verhindern kann und, ähm, wie man sich ein besseres Leben aufbaut, ja, und was vielleicht nicht so, so, ähm, ja, so, so gern gesehen wird oder so, was so, was so der, äh, normale Weg ist, was die Norm ist, aber dafür funktioniert, ja, und ich kann euch, ähm, sagen, ich kann mich auch nicht mal 100% an alle Grundregeln da erinnern, ja, aber ich kann sagen, ich lebe soweit nach den Regeln des reichen Vaters, ja, ich bin natürlich noch nicht so weit wie er, bin auch noch etwas jünger, aber es geht in die Richtung, ja, und ich befolge definitiv mehr den Regeln als den Regeln, die bekannter sind, ja, von denen man glaubt, dass sie der richtige Weg sind, ja, ich bin zum Beispiel auch kein Angestellter mehr, sondern habe ein eigenes Unternehmen, ja, ich bin jetzt Englisch-Coach, habe mir da was Ordentliches aufgebaut, was funktioniert und, ähm, das ist ein, äh, das, das bringt auch deutlich mehr Einkommen zum Beispiel rein, als jetzt was Eigenes, ja, äh, als ein Angestelltenverhältnis und, ähm, das sind einfach so Dinge, die beherzige ich, setze die um und entwickle mich so weiter und so wünsche ich das für euch natürlich auch, ne, in dem Sinne vielen Dank fürs Zuschauen oder beziehungsweise zuhören und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal, um keine weiteren Videos mehr auf diesem Kanal zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Video. Macht's gut!